Interessenten aus dem Ausland sind für beide Managementposten erheblich in der Mehrheit. Eine Entscheidung ist vor dem Sommer zu erwarten, wie in it ist ein Zufall. Der im Kunststaat Sekretariat versichert wird 20 Bewerbungen wurden sowohl für Albertina als auch für die KHM Museum Association erhalten, von denen jede genau Hälfte der Frauen und Männer ist in beiden Häusern. Die interessierten Parteien aus dem Ausland sind eindeutig zahlenmäßig unterlegen in Albertina gibt es nur drei Bewerber mit österreichischer Staatsbürgerschaft, denn die KHM gibt es sechs.